In dem Schulfach Geschichte geht es darum, das Leben der Menschen in vergangenen Zeiten zu untersuchen. Wir erzählen also keine Geschichten, so wie wir Märchen erzählen, sondern es wird versucht, genau zu erforschen, was in der Vergangenheit passiert ist. Um solche Informationen zu gewinnen, stellen wir Fragen an die Vergangenheit und versuchen, diese zu beantworten. Aber woher nehmen wir diese Fragen? Aus Beobachtungen. Warum gibt es zum Beispiel Malereien in Höhlen? Warum gibt es in vielen Orten und Dörfern in Deutschland eine christliche Kirche, aber weniger jüdische Synagogen oder buddhistische Tempel? Es werden immer neue Fragen gestellt, weil Menschen etwas Neues entdecken oder ihnen etwas auffällt, das vorher noch niemand anderem aufgefallen war. Die Stadt Troja hielten wir jahrhundertelang nur für Sagenstoff, bis Forschende sie eines Tages tatsächlich fanden. Deswegen ist die Beschäftigung mit der Geschichte auch nie abgeschlossen. Es bleibt immer spannend. Menschen, die sich mit der Geschichte beschäftigen, nennen wir Historikerinnen und Historiker. Der Begriff kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Erkundung oder Erforschung. Damit die Forschenden auch Antworten auf die vielen Fragen bekommen, untersuchen sie Quellen. Quellen können Bauwerke, Tonkrüge, Texte oder Bilder sein. Wie Quellen untersucht und ausgewertet werden, erklären wir dir noch in anderen Videos genauer. Geschichte passiert auf unterschiedlichen Ebenen und wird in verschiedenen Bereichen untersucht. Zum Beispiel kann die eigene Familiengeschichte erforscht werden. Etwas größer gedacht ist die Weltgeschichte mit Geschehnissen, die für uns alle bedeutsam sind. Vielleicht stehen diese Ereignisse mit anderen Dingen in Zusammenhang. Deswegen ist es wichtig zu fragen, welche größeren Ereignisse und Entwicklungen gab es zu dieser Zeit. Um solche Entwicklungen zu erkennen, hilft ein Zeitstrahl. Dieser startet an einem Punkt in der Vergangenheit und verläuft dann in Richtung Zukunft. So siehst du sofort, welches Ereignis vor oder nach einem anderen stattfand. Für uns in der westlichen Welt ist die Geburt Jesu Christi das entscheidendste aller Ereignisse. Deswegen wird auf dem Zeitstrahl dieses Jahr als das Jahr Null eingetragen. Natürlich war es das nicht. Es gab auch schon sehr viele Jahre davor. Aber für die Menschen in Europa ist es eben besonders wichtig. Es ist daher sinnvoller, von dem Jahr Null nach unserer Zeitrechnung zu sprechen. Denn in anderen Regionen der Welt gelten eventuell andere Zeitrechnungen. Die Geburt Christi wird oftmals auch als eine Zeitenwende bezeichnet. Bei einer Zeitenwende verändert sich so viel für die Menschen, dass die Zeit für die Leute danach anders ist als vorher. Die Zeitabschnitte zwischen solchen sehr starken Veränderungen können als Ära, Zeitalter oder Epoche bezeichnet werden. Die großen geschichtlichen Epochen, also Zeitabschnitte, sind die Ur- und Frühgeschichte, die Antike, das Mittelalter und die Neuzeit. Mit der Erforschung und Untersuchung der Vergangenheit bekommen wir Informationen über das Leben der Menschen, die vor uns gelebt haben. Es werden Fragen an die Vergangenheit gestellt, deren Antworten wir durch Quellenanalyse und Auswertung zu ermitteln versuchen. Wichtige Ereignisse der Geschichte tragen wir auf einem Zeitstrahl ein, um zu erkennen, welcher Zeitabschnitt wann stattgefunden hat. Diese Abschnitte werden Epochen genannt. In der Geschichte gab es sehr viele verändernde Ereignisse. Das Wichtigste in der westlichen Welt ist die Geburt Jesu Christi. Deshalb gilt sein Geburtsjahr als das Jahr Null. Das Wichtigste in der Geschichte